Hier kommt ein super Tipp, wie Sie absolut präsent sein können auf der Intergeo als Aussteller und sich hervorheben können. Nämlich mit einem Logo-Paket. Seien Sie quasi dreimal präsent für alle Besucher zu nur einem Preis. Sie werden abgedruckt im Visitor-Guide, Intergeo-Report und auf dem Hallenplan und werden damit auf dem Messegelände garantiert nicht übersehen. Allein der Visitor-Guide erscheint in einer Gesamtauflage von 16.000 Stück und wird kostenlos an alle Messebesucher vor Ort verteilt. Nutzen Sie diese Chance und zeigen Sie Präsenz auf der Intergeo.